Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetterpunktnetz-Spezial. Fast ganz Westeuropa wird von einer sehr markanten Hitzewelle erfasst werden. Lokal steigen die Temperaturen in Frankreich und Benelux auf über 40 Grad. In der Spitze sind sogar bis zu 42 Grad möglich. Und das sind dann dort wirklich sehr extreme Werte und auch Allzeittemperaturrekorde. Doch schauen wir uns erstmal die Wetterkarte an für den kommenden Donnerstag. Das wird wohl der Höhepunkt der Hitzewelle über Westeuropa werden. Ja und die Temperaturkarte in 1500 Metern Höhe, die zeigt immer sehr schön und sehr eindeutig, wo die heißen Luftmassen liegen und wo die kühlen Luftmassen liegen. Und wir sehen direkt hier außer Sahara, da strömt diese warme Luft bis zu uns nach Mitteleuropa. Die Temperaturen liegen teilweise in dieser Höhe zwischen 20 und 24 Grad. Lokal aber bis zu 25 Grad. Und da kann man für die Temperatur am Erdboden zu errechnen nochmal so 15, 16, 17 Grad draufschlagen. Und dann kommen wir in der Spitze so bei 40 bis 42 Grad heraus. Und wir sehen die Hitze, die erreicht auch die britischen Inseln, die erreicht teilweise auch Skandinavien. Also es wird in dieser Woche überall sehr, sehr warm beziehungsweise heiß werden. Und das hier sind die Höchsttemperaturen am kommenden Donnerstag. Und wir sehen von Frankreich bis nach Benelux teilweise Temperaturen in der Spitze um 42 Grad im Schatten. Da werden wahrscheinlich reihenweise neue Temperaturrekorde aufgestellt werden. Aber auch bei uns in Deutschland teilweise 39 Grad. Im äußersten Westen vielleicht auch bis zu 40 Grad. Auf den britischen Inseln auch Temperaturen bis zu 32 Grad. Und hier noch die Ensemble-Prognose für Paris. Und man sieht sehr schön, wie die Temperaturen in 1500 Metern Höhe am Donnerstag ihren Höhepunkt wohl erreichen werden. Temperaturen dann um 25 Grad in dieser Höhe. Und wie gesagt, da kann man nochmal 15 bis 17 Grad draufschlagen. Und dann sind wir so bei 40 bis 42 Grad in den tieferen Lagen in Paris. Und ja, das ist natürlich dann sehr, sehr heiß. Die Temperaturen deutlich über dem langjährigen Klimamittel. Normalerweise um 10 Grad. Und da liegen wir natürlich mit 25 Grad deutlich darüber. Aber zum Freitag wird es wohl in Westeuropa, vor allen Dingen hier in Paris, deutlich kühler werden. Die Temperaturen stürzen dann auf unter 10 Grad in 1500 Metern Höhe ab. Das Ganze geht natürlich nicht ohne heftige Gewitter vonstatten. Das sieht man auch hier. Die Niederschlagsignale schlagen einmal kurz aus. Es gibt wahrscheinlich heftigen Starkregen. Und danach bleiben die Temperaturen sehr wahrscheinlich auf einem normalen Durchschnittsniveau. Wobei es Richtung August schon wieder unsicher wird. Denn hier beginnt schon wieder eine sehr große Streuung. Vielleicht kommt auch schon wieder in der nächsten Woche die nächste Hitzewelle auf Westeuropa zugezogen. Aber wie gesagt, erst mal ab Freitag Schluss in Frankreich mit der Hitze. Und am Samstag wird es auch bei uns in Deutschland aus Westen langsam etwas kühler. Ja, das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht unseren Kanal wetternet auf YouTube zu abonnieren. Tschüss und bis bald. Tschüss und bis bald.